Blade aus dem Marvel-Universum wird nun auch als NFT auf der Vivi-App droppen. Unter anderem sehen wir auch ein weiteres Comic in Bezug auf Blade. Und wir schauen uns auf jeden Fall nochmal die Drop-Details vom Lamborghini-NFT-Drop an, sowie auch den Omikos, wo es der Zeit hingeht. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle auch mit dem nächsten Collectible-Drop, den wir sehen werden nämlich. Und zwar nämlich Blade, ein wirklich altbekannter Charakter aus dem Marvel-Universum, wird jetzt auch auf der Vivi-App erscheinen und das am 24. Februar um 17 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze wird hier eine alleinige Statue wahrscheinlich werden und so in etwa dann aussehen. Ich finde es persönlich auf jeden Fall ein cooles Collectible, so vom Aussehen her. Kann damit aber zu... kann damit selbst persönlich aber ziemlich wenig anfangen, da ich überhaupt keinen Bezug zu der Figur habe. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass viele Leute von euch den auf jeden Fall kennen und von daher für den einen oder anderen hier vielleicht noch ein sehr spannender Drop. Kommen wir zum Lamborghini-NFT-Drop und hier haben wir nun die Drop-Details, die wir uns einmal anschauen. Das Ganze wird hier am 18. Februar, das heißt in zwei Tagen um 17 Uhr und deutscher Zeit droppen und wir werden hier insgesamt drei Autos sehen. Das Ganze einmal hier mit einer weißen Variante. Das Ganze wird interaktiv sein, das heißt man kann die Türen und auch wahrscheinlich den Körperraum aufmachen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Das Ganze wird hier als erstes eine Rare sein. Das Ganze wird außerdem eine Editionzahl von 1974 Stück haben, sowie eine First Edition und einen Listenpreis pro Blindbox von 70 Gems, was hier relativ standardmäßig ist und deswegen ja tatsächlich ziemlich normal ist. Trotzdem auf jeden Fall meiner Meinung nach ganz schön viel für hier so ein Lamborghini. Kommen wir zum nächsten und das ist eine rote Variante, eine Ultra Rare. Das Ganze wird nur eine Editionzahl von 974 Stück haben, sowie natürlich auch eine First Edition sein. Kommen wir zum letzten Collectible und hier wird es wirklich spannend, denn hier wird es nur insgesamt 130 Editions geben. Das Ganze wird eine Secret Rare sein und wenn man sich das Gesamte hier nochmal anschaut, insgesamt 30 Editions werden hier von einer Secret Rare nochmal genommen. Das heißt es wird nur insgesamt 100 Public Editions hier von diesem Collectible geben. Außerdem ist es hier tatsächlich nicht die MINT 40, die als erstes Public ist, sondern die MINT 21. Hier finde ich auf jeden Fall super, dass Vivi auch so ein bisschen aus den letzten Drops gelernt hat, dass man hier nicht zu viele auf jeden Fall für sich selbst einbehält und vielleicht auch mal sozusagen die erste MINT auf jeden Fall ein bisschen weiter runter setzt. Finde ich haben sie hier perfekt umgesetzt. Schreib du mir auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare, ob du diesen gesamten Drop mitnimmst oder nicht. Kommen wir zum nächsten Comic Drop, den wir sehen werden und dieser ist unter anderem auch mit natürlich der First Appearance of Blade, passend auch zum Collectible und The Vampire Slayer. Das Ganze wird ja am Dienstag, dem 20. Februar, droppen um 17 Uhr deutscher Zeit und das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden von Dump of Dracula, Hashtag 10 aus dem Jahre 1972. Das Ganze hat auch relativ interessante Go-Collect-Daten, wenn wir uns das Gesamte mal anschauen. Eine 9.8 mit 56 Grades bei 29.000 US-Dollar durchschnittlich. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Auch eine 9.6 ist hier noch relativ teuer insgesamt, aber wahrscheinlich eher ein Comic für den Sammler. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein interessantes Comic, da natürlich auch hier Blade ins MCU kommen soll und dementsprechend auch der Charakter selbst, sowie auch das Comic, wahrscheinlich an Aufmerksamkeit gewinnen könnten und dadurch natürlich auch der Preis, sowie auch das Collectible beeinflusst werden können. Kommen wir nun zum Omikos und gestern Morgen war es auf jeden Fall ein schöner Morgen, denn wir haben hier auf jeden Fall direkt zum Anfang des Tages direkt mal 8,5%, 8,3% hingelegt und für alle Leute, die auf jeden Fall meine letzten zwei Videos auch gesehen haben, wo ich den Omikos ja nochmal behandelt habe, ja, die haben im Prinzip entweder vielleicht nochmal nachgekauft oder das Ganze gespannt auf jeden Fall hier beobachtet, denn wir sind nämlich seit dem letzten Video hier tatsächlich gut ausgebrochen. Insgesamt ca. 21% sind wir hier nach oben gekommen in den letzten Stunden und in den letzten Tagen, was auf jeden Fall schon sehr, sehr gut ist. Jetzt gilt es auf jeden Fall hier auch in der nächsten Zeit diese Resistance hier zu brechen, sowie natürlich auch allgemein den 2-0er-Bereich wieder zu erreichen. Wie lange es noch braucht und welche Korrekturen wir noch erwarten können, das werden wir in den nächsten Videos auf jeden Fall besprechen, wenn wir hier einen weiteren Pump oder eine weitere Korrektur sehen sollten, wo denn eventuelle Level sein könnten. Ein eventuelles Level, was aber schon jetzt feststeht, ist auf jeden Fall dieses hier im Bereich von 8,1,5% bis 7,9,2%, denn das war auch in Vergangenheit hier ein wichtiger Support für diesen Move beispielsweise oder auch hier in Vergangenheit und wenn wir noch weiter zurückschauen, auch hier in Vergangenheit. Von daher wird das auf jeden Fall nochmal weiterhin ein spannender Bereich sein, sowie auch dieser orange gezeichnete Bereich. Sollten wir uns über diesen Bereich nachhaltig hangeln können und dort auch halten können, dann würde es auf jeden Fall hier erstmal eine sehr starke Support sein. Ansonsten werden wir auf jeden Fall weitersehen und ich werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, wie es in Zukunft hier auch mit dem Omi-Token charttechnisch weiter aussieht. Das waren die wichtigsten Vibi-News für heute zum Freitag. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, einen schönen Start ins Wochenende und bis dann, euer Käpt'n. Ciao, ciao. Outro Untertitelung des ZDF, 2020